Impfausweis vorweisen. Merci. Ja, das stimmt. Impfbücherchen vorweisen. Merci vielmals. Nein, es ist keine Feierabend-Bierkontrolle. Jetzt sind nicht Bierdosen, sondern Impfdosen gefragt. Oh, sorry. Kein Problem. Aha, das ist erst eine Corona-Impfung. Dann müsste ich noch das Halbtag sehen, bitte. Danke, das stimmt. Merci. Impfausweis, Impfausweis. Ich habe heute leider zu Hause vergessen, aber ich bin erst geimpft worden. Da könnte aber jeder kommen. Darf ich vielleicht mal die Flaschen sehen? Ja. Sie sind ein tapferer. Grüezi, Impfbücherchen vorweisen, bitte. Jesus Gott, das ist ja kein Impfbücherchen, das ist ein richtiges Impfbuch. Sie sind immer meine Impfstreber, oder? Ich kann halt den Impfpass und in der ganzen Schweiz impfen. Ja, beeindruckend. Sie haben ja wirklich alles. Hepatitis A, B, C, D. Ausserdem der Hedgewick aus der Pharmaindustrie. Röteln, Mumps, Masern, Trumpf geschoben, Hauptsache gestochen. Danke vielmals. Ihr Damen, Impfausweis bitte. Entschuldigung, das ist doch kein Impfbücherchen. Ah, doch, das ist ein Impf-Hörbücherchen. Wirklich? 8. April 1995. Hepatitis B. Ja, das klingt gut. Merci vielmals. Entschuldigung, ist das schon seit 20 Jahren abgelaufen? Nein, schauen Sie doch da. Ja, aber die Sausschrift kann ja niemand lesen. Hat das ein Arzt geschrieben? Ja. Ah, okay, gut. Jemand hier zugestochen. Bravo, danke schön. Impfausweis vorweisen. Ich lasse mich sicher nicht impfen, du Bild-Gates-Roboter. Aha, Sie haben also keine Impfausweise? Nein, das habe ich erreicht. Das geht verdammt nochmal. Ich verstehe, dann müsst ihr aber den Schimpf-Ausweis sehen. Sehr gerne, natürlich, klar. Jawohl, das stimmt ja so. Dann wünsche ich Ihnen noch einen recht hässlichen Tag, Pfeifendeckel. Danke, gleichfalls. Fahr mal mein Geburt. Sehr gerne. Impfbüchli, Impfbüchli. Ja, aber sind das wirklich Sie da drauf? Ja, sicher. Ja, aber könnte man ja nicht. Einen Augenblick. So, jetzt sieht das doch besser aus. Danke, Impfbüchli. Könnte ich noch eine Impfung nachlösen? Ich musste mega auf den Zug passieren und hätte es nicht mehr gelangt. Das ist gar kein Problem. Also hier und zurück? Wie? Ja, also gerade beide Impfungen oder nur eine? Aha, gerade beide gerne. Sehr gerne. Machen wir doch sofort. Und hopp. Ah! Impfbüchli vorweisen bitte. Danke, das passt. Entschuldigung, da läuft ja alles raus. Oh, sorry. Geht doch. Grüezi, Impfausweis bitte. Impfen? Wissen Sie, das brauche ich nicht. Ich habe ein sehr starkes Immunsystem. Ich esse jeden Tag Apfel und nehme meine Globuli. Oh weh, das könnte länger gehen. Also hören Sie, ich erkläre es Ihnen nochmal. Ja. 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 Ja.